Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Pacific Drive Und ja, in der letzten Folge sind wir auch noch looten gegangen, haben sehr viel mitgenommen Hallo Alter, wie viel kriege ich hier auf einmal? Das war jetzt zu viel Okay, der Mülleimer war sehr großzügig zu uns heute Aber auch nur Schrott Sachen bekommen Gut Okay, ja, in der letzten Folge waren wir looten Und unser Auto ist leider immer noch Schrott Aber heute will ich unbedingt nochmal einen Versuch wagen und dort in die Zone fahren Also zu unserer Zone Auch wenn da ein Sturm ist, ist mir egal Wir werden es schaffen diesmal Ist das Ding kaputt? Ja Gut, und wenn euch natürlich die Folge wieder mal gefallen sollte Würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen Und über ein Like natürlich auch Und so, her damit Lass mal rein damit wieder Warte mal, wir haben ja hier das bekommen Das ist repariert Ist ja alles So, klatsch Dann das Noch irgendwas Das geht sogar noch, finde ich Das geht auch noch So, hier ran Zack Die ist halb kaputt Wie ich sehe Bam Klatsch mal auch nochmal ein bisschen ran Ach, da fehlt eine Stoßstange Hat mich gefragt, hä? Wo ist die Stoßstange? Das Ding ist kaputt Noch irgendwas, was ich reparieren sollte Ja, angeblich die Tür Aber anscheinend auch die Stoßstange Okay Okay, machen wir das auch So Hier Das noch reparieren Jetzt brauche ich leider mal eine Tür Weil die muss ich da ran bauen Sonst habe ich keine Tür Äh Ah Ich war gerade sehr verwirrt Was fehlt da noch? Das Licht Oh Warum kann ich den Scheibenwerfer nicht reparieren? Keine Ahnung Jetzt war ich wieder richtig schlau Und eine Stoßstange brauche ich noch Unsere ist ja leider kaputt Gewesen Einfach vorne ran packen Kleber drauf schmeißen So Auf damit Dann kommt das rein Das rein Ein Verschrotter Okay Ach ja, wir wollten ja den neuen Verschrotter bauen Wir haben ja Extra in der letzten Folge danach gesucht Genau Den neuen Neuen Verschrotter wollen wir machen Den Wo ist er denn? Der Plasma Verschrotter Oh Oh yes Der sieht cool aus So Du kommst natürlich mit rein Du kommst hier auch mit rein Das war's Dann brauche ich ein neues Presseisen Dann brauche ich ein neues Presseisen Genau So haben wir das Das waren erstmal Vorbereitungen Das heißt wir können jetzt in die Zone ruhig fahren Ah ne, warte Bevor wir in der Zone fahren Will ich noch ein was mitnehmen Hier Eins Zwei Drei Ich nehme hier Medik Drei Medikits mit Genauso Haben wir einen Benzintank Ach hier Kleiner Benzinkern Gut Das ist gut Jetzt können wir los Das heißt ich fange an Uns das Ding schon mal zu markieren Das ist unser Ziel Da überlege ich wo ich hinfahre So Oh ich bin schon Ach Gott die Steuerung hier ist ganz anders Ganz anders als woanders Ganz mies Ja Freunde Also würde ich sagen Ich fahre jetzt in die Zone Und Wir sehen uns einfach immer wieder in den nächsten Zonen Also bis gleich So wir sind jetzt hier in der Zone Und Ich werde jetzt mir die Punkte erstmal abklappern Und dann werde ich hier hinfahren Und Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Zone Bis gleich So Freunde Wir sind jetzt in der Station In der Hier angekommen Anscheinend ist das eine ewige Ja Station Würde ich jetzt mal sagen Haben wir ja auch gerade gelesen Das ist gut für uns So Was ist das Keine Ahnung Aber wir haben Unsere Ziele Glaube ich Nicht mehr Oder ich fahre erstmal Gut Hoffentlich gibt es hier keine Säure Das wäre schlimm Für mich Ah Säure Ganz gefährlich Ich hasse Säure so sehr Aber Strahlung geht sogar noch Find ich Was ist das aber Das komische Kreuz da Ich bleib mal hier stehen Ich hab keine Ahnung Aber ich werde erstmal das hier abbauen Ja Freunde Ich werde mal gucken Was ich hier so in der Zone finde Und dann zeige ich euch einfach Was ich so gefunden habe Ich werde mal hier Ich werde mal hier Ich werde mal hier Okay, Freunde, ich habe verstanden, was ich machen musste. Ich muss jetzt nicht mehr scannen alles, sondern ich muss nur hier raus. Oh, nee. Und, ja. Das ganze gescannte Zeug habe ich anscheinend ja schon. Aber ich konnte ja die Zone nicht verlassen. Also das Spiel hat sich gemerkt, dass ich hier nur raus muss. Na, das ist wenigstens schon mal schön. Aber, ein was verstehe ich nicht. Das hier, diesen Punkt. Dieses komische... Ach, das könnte mein Todes... Ah. Okay, das könnte mein Todespunkt sein, wo ich gestorben bin. Glaube ich sogar. Okay, dann fahre ich mal raus aus dieser Zone und, ja. Das heißt, ich werde gleich dieses Ding da markieren. Aber ich will noch ein bisschen vor. Bei Erkunden bringt mir diese Zone auch erstmal nichts. So. Und tschüss. Da ist unser Spawnpunkt. Ja, wollen wir mal hier raus. Das wird richtig knapp, glaube ich. Aber wir schaffen das schon. Ja, das schaffen wir schon. Oh Gott. Wie schnell. Wie schnell die Zone ist. Ist ja ein Wura-Preis. Guckst du dir an, Alter, wie schnell. Und? Ich bin gleich drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh no. Oh no. Oh no. Oh mein Gott. Ganz schnell raus hier. Aber sowas von. Ich will hier nicht sein, wenn alles eskaliert. Endlich haben wir es geschafft. Einfalls Wasser. Ja, ganz chillig. Oh oh. Oh, das ist knapp. Aber wir schaffen das. Warte. Ja. Oh mein Gott. Aber cool, dass man sein Todesort sieht. Das finde ich schön, dass man sein Todesort sieht. Aber ich habe gar nicht gecheckt, ob das mein Tod war. Ich habe mich gefragt, hey, was war das? Ich habe mich gefragt, hey, was war das? Aber es wurde demoliert das gleiche Jahr. Nachdem der Struktural Dämmung, die... Lied über das auch, nicht wahr? Es scheint so. Der Fahrer sollte den Red Meadow Ruins ein Besuch. Wenn Dr. K. nicht die das Morgen sterben, ich würde wissen, was er so viel zu tun hat. So würde ich, aber... Wir haben Zeit für das? Wir wissen nicht wie lange der Fahrer hat mit dem Remnant. Und das ist warum wir diese Informationen brauchen. Whatever Dr. K. was tun hat, es beruht zu all of this. It may be the key to what lies at the end of the road for the driver. I... Agree with you. God, I hate saying that. Driver, I've marked the Red Meadow facility on your Route planner. Head there whenever you're ready. Ah ja. Danke, neuer Auftrag. Forschungseinrichtung Red Medi. Okay, das ist also unser... Hallo? Mechaniker-Kit? Okay. Jetzt weiß ich, warum ich so kacke gefahren bin. Aber diesmal haben wir es geschafft. Das ist doch schön. Wir haben aber sehr viele Ressourcen. So, hauen wir mal mit einem Schraubenschlüssel drauf. Vielleicht repariert's. Zack. Noch irgendwas kaputt? Ah, hier. Elektra-Kit... Elektro-Kit. Alter, das war so mies. Das ist alles in der Dark-Zone passiert. So mies finde ich das. So, repariert. Alles klar. Nix. Nix. Hier auch wieder Mechaniker-Kit. Alles klar. Reparieren wir das auch noch. Ja, Frau Hündel, wir haben unser neues Ziel. Und wir haben sehr viele Ressourcen. Und... Das finde ich gut. Wo ist denn überhaupt das neue Ziel? Zack mal. Oh mein Gott. Echt jetzt da oben? Alter. So mies. Aber jetzt haben wir hier wenigstens... Oh mein Gott, wie viele Zonen. Aber wir sind fast bald hier in der... Anfangszone. Und... Ja, vorne. Hoffentlich hat euch die Folge auch gefallen. Ist nicht so viel Spannendes passiert, sondern nur ein bisschen hin und her. Aber schon krass war es am Ende. Lasst doch gerne ein Like. Und gerne ein Abo. Würde ich mich auch drüber freuen. Und das heißt, wir sehen uns einfach... In der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Und... Und ich wünsche euch noch eine Veranstaltung. Untertitelung des ZDF, 2020